Jetzt ist geplant, dass der Innenminister wieder vor die Öffentlichkeit tritt mit einem Statement und uns über den Verlauf des Einsatzes informiert. Noch gibt es ja keine Informationen darüber, ob nicht noch Täter unterwegs sind, nach denen gefahndet wird. Brigitte Uitz-Dalinger ist im Innenministerium und wartet mit uns auf diese Pressekonferenz. Ist da schon etwas vielleicht im Vorfeld durchgesickert, wie es um die Gefahrenlage im Land jetzt steht? Nein, noch nicht wirklich. Vielleicht erfahren wir in den nächsten Minuten dann etwas. Es soll jetzt eine Pressekonferenz geben mit dem Innenminister Nehammer und mit dem Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit, Franz Ruf. Ja, Sie werden zu den aktuellen Entwicklungen Stellung nehmen. Wir haben bisherige Informationen, also ein bestätigter Täter, ein toter Täter, zumindest zehn Verletzte, darunter auch ein Passant und ein Polizist ist schwer verletzt worden. Das ist sicher zum Hintergrund der Tat. Ist ja bisher noch nichts wirklich bekannt und auch Berichte über etwaige Geiselnamen haben sich noch nicht bestätigt. Es gibt da wahnsinnig viele Gerüchte und die Polizei hat auch selbst gesagt, dass es wahnsinnig schwierig ist, da irgendwie auszusortieren und zu verifizieren, was da richtig und was falsch ist. Ja, die Fahndung, die läuft also nach dem Täter oder nach den Tätern und ich hoffe, wir erfahren dann noch mehr. Zahlreiche Journalisten sind hier gekommen und in den nächsten Minuten soll dann die Pressekonferenz eben mit dem Innenminister Nehammer und mit dem Direktor der Öffentlichen Sicherheit starten. Sie wollen dann noch nähere Ausführungen erläutern und hoffentlich noch Näheres bekannt geben. Heute ist ja eigentlich ein Tag, der ganz im Zeichen der künftigen Ausgangsbeschränkungen steht, die ja ab morgen eigentlich stattfinden hätten sollen. Jetzt ist dann doch alles anders gekommen mit dieser schockierenden Tat. Man wird dann sehen, was da noch alles ans Tageslicht kommt, ob das irgendwie von langer Hand geplant war, ob das ein islamistischer Hintergrund war und so weiter. Also schauen wir mal, was da noch alles ans Tageslicht kommt. Ja, in den nächsten Minuten soll es beginnen. Die Journalisten warten schon gespannt und sind natürlich zahlreich gekommen. Ja, man wird sehen und ich hoffe, wir erfahren in den nächsten Minuten dann gleich mehr. Wir werden dann gleich wieder zu Ihnen ins Innenministerium schalten, sobald Minister Nehammer da die Bühne betritt und uns darüber informiert, was der Stand der Ermittlungen respektive der Fahndung nach den Tätern ist. Und…